Einen nahestehenden Menschen zu pflegen ist nicht nur erfüllend, es kann auch sehr anstrengend sein. Vor allem nimmt es viel Zeit in Anspruch, Zeit, die Berufstätige oft nicht haben. Es gibt einige Möglichkeiten, sich für die Pflege vorübergehend ganz oder teilweise von der Arbeit freistellen zu lassen. In dieser Zeit ist man gesetzlich vor Kündigung geschützt. Kurzzeitige Arbeitsverhinderung Wenn ein nahestehender Mensch plötzlich pflegebedürftig wird, hat man Anspruch auf bis zu 10 arbeitsfreie Tage. Beispielsweise kann man in dieser Zeit die künftige Betreuung organisieren. Die Pflegekasse gleicht für diesen Zeitraum den Lohnausfall zu 90 Prozent aus. Pflegezeit Es besteht außerdem die Möglichkeit, sich bis zu sechs Monate ganz oder teilweise von der Arbeit freistellen zu lassen. Voraussetzung ist allerdings, dass der Betrieb, bei dem man beschäftigt ist, mehr als 15 Angestellte hat. Der Arbeitgeber muss von der Freistellung mindestens zehn Tage vorher in Kenntnis gesetzt werden. Familienpflegezeit Wenn der pflegebedürftige Angehörige für eine längere Zeit betreut werden muss, kann die Arbeitszeit auch bis zu zwei Jahre auf bis zu 15 Stunden pro Woche reduziert werden. Das gilt aber nur für Betriebe mit mindestens 25 Beschäftigten. Bei der Familienpflegezeit muss der Arbeitgeber spätestens acht Wochen vorher darüber informiert werden, dass man diese in Anspruch nehmen möchte. Wichtig Voraussetzung für die Freistellung von der Arbeit ist in jedem Fall, dass die zu pflegende Person einen anerkannten Pflegegrad hat. Einen Lohnersatz gibt es in dieser Zeit nicht. Allerdings ist es möglich, einen zinslosen staatlichen Kredit zu beantragen, der in der Regel die Hälfte des Lohnausfalls abdeckt und später zurückgezahlt werden muss. Es ist zudem möglich, sich auch in kleineren Betrieben mit weniger als 15 Beschäftigten für die Pflege freistellen zu lassen. Grundlage dafür ist eine einvernehmliche Vereinbarung mit dem Arbeitgeber. Begleitung in der letzten Lebensphase Ist abzusehen, dass sich das Leben des pflegebedürftigen Angehörigen dem Ende zuneigt, kann man sich für bis zu drei Monate komplett von der Arbeit freistellen lassen, um ganz für den nahestehenden Menschen da zu sein und um Abschied nehmen zu können. Auch diese Zeit kann mithilfe eines zinslosen Kredits überbrückt werden. Achtung! Pflege- und Familienpflegezeit und die Begleitung in der letzten Lebensphase dürfen zusammen nicht mehr als zwei Jahre betragen. Pflege- und Familienpflegezeit und die Begleitung in der letzten Lebensphase Vielen Dank.